Ein Generationenwerk für die Schweiz. Die FG Pfister Stiftung ist die ehemalige Besitzerin des 1882 gegründeten Möbelhauses Pfister. Sechs Generationen von Menschen in der Schweiz haben bei Pfister eingekauft und das Unternehmen zum national bedeutendsten Einrichtungshaus gemacht. Jetzt ist es Zeit etwas zurückzugeben. Wir tun dies über drei Schienen. Über die FG Pfister Holding, über die Initiative Schweiz, über den Prix Swiss. In der Stiftungsstruktur gibt es keine Dividendenempfänger. Die Gewinne und die Erträge der FG Pfister Holding fließen vollumfänglich in die Initiative Schweiz und werden zugunsten der Schweiz eingesetzt. Mit den Projekten und Engagements der Initiative Schweiz fördern wir Unternehmertum, Bildung und Innovation in allen Landesteilen und Sprachregionen. Die FG Pfister Holding wiederum investiert ihr Vermögen in Schweizer KMU mit Fokus auf Nachfolgeregelungen. Damit sichert sie Arbeitsplätze und gibt diesen Unternehmen neue Perspektiven für Wachstum und Prosperität. An welchen Kriterien orientieren wir uns? Wir kaufen Unternehmen, behalten sie und geben diesen eine neue langfristige Perspektive. Der Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen in der Schweiz haben für uns höchste Priorität. Die Firmen behalten ihre Eigenständigkeit und Firmenkultur. Wir verzichten vollständig auf Konzernstrukturen. Mitarbeitende können sich am Unternehmen beteiligen. Mit dem Prix Swiss zeichnen wir jährlich eine herausragende Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Kultur aus. Diese Menschen sind Vorbilder für heutige und künftige Generationen. Der Prix Swiss ist die höchste Anerkennung in der Schweiz für herausragende Leistungen. Mit unserem Stiftungsvermögen tragen wir zur positiven und nachhaltigen Entwicklung der Schweiz bei. Wir denken in Generationen und sind der Schweiz verpflichtet. Nachhaltige Robben vom Lаны zu